So, Freunde, hi und herzlich willkommen hier zu dem vierten Video unserer Instagram-TV-Serie, wie du 2020 zu deinem Jahr machst und wie du 2020 auch mal Minimum 10.000 Euro verdienst. Deswegen, wenn du die anderen drei Instagram-TV-Videos noch nicht gesehen hast, dann check die unbedingt mal noch ab, bevor du jetzt dieses hier siehst. Und ansonsten für alle anderen, die es sich schon angeschaut haben, die jetzt unbedingt dranbleiben, weil ich habe gestern im Live schon kurz was angekündigt bzw. was preisgegeben, ein Statement gemacht, kann man so nehmen, wie man möchte. Und zwar habe ich ja mein Mission-Statement für 2020 verraten und damit auch irgendwo preisgegeben, dass ich mich aus dieser Coaching-Szene wirklich entfernen will, dass mein Mission-Statement sich absolut nicht mehr mit, sag ich mal, den Werten von irgendwelchen Coaches vereint oder so. Wie gesagt, mein Mission-Statement ist, 2020 mein Leben besser zu machen, indem, dass ich andere Leben verbessere. Und ich habe total viele weitere Ziele, wie zum Beispiel in Deutschland aus unserer Agentur wirklich die größte Agentur zu machen, für euch das Ganze zu dokumentieren und so weiter. Ich habe viele coole Firmenbeteiligungen, die anstehen. Also wirklich lauter cooles Zeug. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich möchte nicht mehr mit Coaches unter einen Hut gesteckt werden oder sonstiges und deswegen wird es da in 2020 erstmal von mir nichts mehr geben. Aber deshalb werde ich jetzt noch einmalig heute um 18 Uhr was releasen für alle Leute, die 2020 wirklich nochmal richtig durchstarten wollen, die wirklich finanziell frei werden wollen, die wirklich glücklich werden wollen, die wirklich 2020 zu ihrem Jahr machen wollen. Und nicht nur 2020, sondern die nächsten 5, 10 Jahre und damit auch ihr komplettes Leben. Weil bei mir war es damals so, ich habe meine erste Agentur mit 18 gegründet. Ich habe auch Ende 2018, um genau zu sein, das war der 10. August 2018, habe ich damals meine erste GmbH schon in diesem Bereich gegründet und habe damals mit 18 Jahren es schon geschafft, meine eigene Agentur auf 5-stellig zu skalieren. Das heißt 10.000 Euro plus. Und genau, damals war es bei mir so, ich habe das dann immer wieder auf Instagram geteilt, so hey, hier mit einem Fitnessstudio 6.000 Euro verdient, hier, keine Ahnung, 12.000 Euro verdient und so. Und dann haben mich immer mehr Leute angeschrieben und gefragt, so Max, wie funktioniert das eigentlich, was machst du da? Und dann habe ich Anfang 2019 mal so ein paar Leute 1 zu 1 gementort, beziehungsweise ein paar Leuten einfach mal gezeigt, wie das funktioniert. Ich habe ihnen mein Muster gegeben, was ich bei zwei Social Media Agenturen erfolgreich schon angewandt hatte, wo wir wie gesagt in kürzester Zeit auch 5-stellig gegangen sind, weil sie mit einer einzigen Kampagne schon 5-stellig waren. Und dann war es eben so, ich habe so ein paar Leute 1 zu 1 gementort und die hatten dann auch in kürzester Zeit so unglaublich gute Resultate. Der eine konnte dann direkt seinen Job kündigen, der andere konnte sein Studium kündigen und seinen Nebenjob und so weiter. Also wirklich, da gab es richtig coole Ergebnisse. Und das war eben was, wo mir einfach nur mal gezeigt hat, okay, das Muster funktioniert. Ich brauche nur Leute, die motiviert sind und die eben diszipliniert sind. Und dann schieße ich die durch die Decke. Und damals bin ich ja dann mit auf dem Branding-Workshop nach Kapstadt geflogen mit Torben Platzer und so weiter. Da war Chris Steiner auch dabei, Niklas Pedder war dabei, Patrick Müller war dabei und weiß nicht, ob ich jetzt noch wen vergessen habe. Also es waren noch mehr Leute dabei. Auf jeden Fall war das wirklich sehr cool. Und da habe ich den Jungs mal so gezeigt, also auch Torben und so weiter, was so die Ergebnisse sind von meinen Leuten. Meine Agentur läuft gut oder meine Agenturen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch zwei Agenturen gehabt und habe dann eben diese Ergebnisse gehabt und habe das den Jungs gezeigt und habe gesagt, eigentlich würde ich noch viel mehr Leuten helfen, aber ich habe halt auch die Zeit nicht so dazu und ich will mich halt nicht so nach draußen branden wie irgendwie jetzt ein Coach oder so. Deswegen haben wir dann folgendes gemacht. Wir haben damals das Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir haben gesagt, hey, du bist nicht finanziell darauf angewiesen. Das heißt, du kannst es nur mindestens zu einem Viertel von dem Preis anbieten, wie es irgendwelche Coaches oder so anbieten mit viel besseren Ergebnissen, weil du 100% aus der Praxis kommst und so weiter. Und so bin ich dann eigentlich, sage ich mal, drauf gekommen. Weil bei mir war es damals so, ich habe vor fünf Jahren meinen Instagram-Account gestartet und meine Intention war es schon immer so, Leuten zu helfen und Leuten auch ihren Traum irgendwo zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, dass es möglich ist. Weil bei mir war es damals auch so. Ich habe das immer auf Instagram gesehen, wie irgendwelche Leute erfolgreich sind und das hat mir klar gemacht, hey, wenn die das können, kann ich das auch. Und bei mir in der Schule war es damals so, ich habe gesagt zu mir, okay, wenn 100 Leute zu mir sagen, das war teilweise so, hey, was postest du da für ein Bullshit, ist doch lächerlich. Aber nur eine Person gesagt hat, hey Max, du hast mich heute motiviert. Dann hat es sich für mich vollkommen gelohnt. Und ich glaube, auch genau aus dem Grund haben meine Mentees so unglaublich gute Resultate. Weil wir oder ich, wie gesagt, 100% Zeit, Energie und auch mein Netzwerk dort reinstecke. Meine Mentees sind wirklich so meine Legenden. Und genau diese Gruppe an Mentees, die ich habe, werde ich dann 2020 unglaublich nach vorne pushen. Also da wird es einiges geben. Wir werden wirklich schauen und ich werde wirklich schauen, was jeder Einzelne seinen Traum erreicht, seine Vision erreicht, die er sich auch vorgenommen hat. Es steht allein jetzt am 15.02. schon die nächste Mastermind an, wo auch zum Beispiel Niklas Peder extra aus Dubai kommt, wo er dann exklusiv nochmal für meine Mentees erklärt, wie er in 45 Tagen eine Million Dollar in Sales gemacht hat und so weiter. Also ich werde euch da wirklich mein Netzwerk zur Verfügung stellen und werde da wirklich meine Mentees 2020 richtig durch die Decke pushen. Deswegen werde ich jetzt auch noch einmalig heute um 18 Uhr, also am 29. ist es heute um 18 Uhr, das Mentoring-Programm öffnen. Wirklich ein letztes Mal. Und danach werde ich mich erstmal aus dieser Szene verabschieden, mich auf meine Mentees extrem fokussieren, diese Gruppe ultra durch die Decke pushen und einfach die aller, allerbesten Resultate im Markt erzielen. Das ist so das, was mein Ziel ist. Und mal ganz kurz noch so für die Leute, die noch gar nicht wissen, was das Mentoring überhaupt ist. Generell, wie gesagt, zeige ich natürlich ein Business-Modell, und zwar, wie man eine digitale Agentur aufbaut und Social Media Marketing und Online Marketing für Unternehmen und Personal Brands anbieten kann. Das heißt, so Sachen wie die Digistoreinnahmen, die ihr immer bei mir seht oder so, das wird genau dort auch erklärt, wie man solche Sachen machen kann, wie man sich bei Influencern beteiligen kann und so weiter. Und ich zeige eben aus der Praxis, wie man auch eine erfolgreiche Agentur innerhalb von ein bis drei Wochen schon auf 10K pro Monat skalieren kann oder bringen kann und dann skalieren kann, weil wir das einfach in der Praxis selbst schon alles komplett umgesetzt haben und so auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen sind auch mittlerweile im Mentoring-Programm, glaube ich, 50 Stunden oder 60 Stunden Videocontent drin. Und zusätzlich gibt es eben einmal pro Woche wirklich einen Live-Call mit mir. Und da ist es so, ich teile mein komplettes Wissen, was ich von meinen Mentoren lerne immer am Anfang und danach geht es wirklich in die Q&A, wo jeder eins zu eins seine Fragen stellen kann und wir auf jedes Problem eingehen, jedes Problem lösen und so weiter. Das macht mir persönlich immer extrem Spaß. Ich freue mich da jede Woche auf die Live-Calls und es geht dann auch einfach wirklich so lang, bis jede Frage beantwortet ist, weil mir es einfach unglaublich Spaß macht. Und das ist der Grund, ich werde es jetzt noch einmalig, wie gesagt, öffnen. Ich kann es noch nicht genau sagen, wie lange ich es öffnen werde, halt ein paar Tage, aber danach wird es auf jeden Fall geschlossen sein. Und wie gesagt, damit wird jeder, allein schon im Januar, die Möglichkeit haben, mal ein Minimum 10.000 Euro pro Monat zu verdienen, vor allem, wenn er ein bisschen Gas gibt, weil gerade das erste Quartal 2020 das beste Quartal ist, um eine Agentur aufzubauen und damit eben auch finanziell frei zu werden, örtlich unabhängig zu werden, glücklich zu werden und so weiter. Ich habe mir damals, wie gesagt, mit meiner Social-Media-Agentur alles ermöglicht. Hätte ich die nicht gegründet, könnte ich heute weder hier so ein Coaching machen, sonst, oder hätte ich Firmenbeteiligungen machen können. Ich hätte gar nichts machen können. Deswegen, wie gesagt, du kannst dir mit etwas, was schon gut funktioniert, du musst das Rad nicht neu erfinden, kannst du dir wirklich alles andere ermöglichen. Und deswegen bin ich auch so unglaublich stolz auf dieses Mentoring-Programm, bin unglaublich stolz auf jeden einzelnen Mentee und freue mich immer über jede Nachricht und jeden, den ich dann auch mal in Real Life sehe bei den Masterminds, die natürlich auch komplett kostenlos sind. Deswegen, Leute, ich habe in den letzten Jahren, wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten Jahren, dann folgen ja und zwar, es gibt wirklich zwei Arten von Menschen. Es gibt Person A, das sind die, die erfolgreich werden. Und es gibt die Person B, das sind immer die, die Ausreden finden. Die sagen, ich werde wegen ihm nicht erfolgreich, wegen ihr nicht erfolgreich, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit und so weiter. Das sind die Personen B. Der große Vorteil heute ist, dass du alleine die Entscheidung hast, welche Person du bist. Ob du Person A bist, erfolgreich wirst oder ob du Person B bist und wieder eine Ausrede findest. Deswegen, wie gesagt, ich habe gesagt, ich will wirklich nochmal meinen Leuten hier auch vor allem die Chance geben, um 2020 alles zu verändern. Alles zu verändern. Und yes, in diesem Sinne, Leute, 18 Uhr, seid am Start. Ich werde dann auch nochmal live gehen mit einem Special Guest. Deswegen seid ihr unbedingt am Start. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.